Was geht da? Wir sind Daniel und Alex von LexDiamond und wir haben die Ehre auf der diesjährigen SAE Convention in Köln zu spielen. Am 10. und 11. Oktober gibt es da eine richtig nice Messe mit vielen geilen Seminaren und Workshops von und für Medienmacher. Und wir dürfen auf der Aftershow-Party spielen zusammen mit Chefboss und wir haben richtig Bock. Unser Gitarrist Manu und unser Keyboarder Dennis haben ihre Ausbildung als Audio-Ingenieur auch an der SAE gemacht. Und gerade deswegen freuen wir uns ganz extrem Teil dieser besonderen Veranstaltung zu sein und mit diesen ganz tollen Künstlern eine Bühne zu teilen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle dabei seid und wir uns hinterher auf der Party sehen. Und wir haben die Bühne zu machen. Und wir haben die Bühne zu machen. Und wir haben die Bühne zu machen. Und wir haben die Bühne zu machen.